Musik So wie ich sitzen viele Leute mit dem Handy in der Stadt rum. Mit ihren Smartphones telefonieren sie, schreiben Nachrichten oder spielen Spiele. Wir haben dazu eine Umfrage gemacht. Wir wollen wissen, was sie an ihrem Handy machen. Wir haben ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Was machten sie gerade an ihrem Handy? Ich war auf Whatsapp. Wie oft benutzen sie Whatsapp am Tag? Oft, sehr oft. Was machen sie an ihrem Handy? Ich höre nur Musik. Wie oft benutzen sie ihr Handy? Die ganze Zeit. Was machen sie noch anderes am Handy? Spielen? Ja, spielen oder mit Freunden schreiben. Wann hören sie die Musik? Gerade vor allem jetzt, wenn ich auf dem Bus warte oder wenn ich unterwegs bin. Und auch vor allem viel daheim. Wie oft benutzen sie es am Tag? Am Tag? Ja, schon ganz schön oft. Also genau kann ich es nicht sagen, aber oft. Für was benutzen sie das? Allein schon nachzuschauen, wann der nächste Bus kommt, Facebook, SMS schreiben und so. Vor allem, weil ich nicht von hier komme, weil meine Freunde weiter weg wohnen. Schreiben sie auch mit anderen Freunden? Ja. Über was? Whatsapp und Facebook. Wie oft benutzen sie ihr Handy? Morgens im Bus und dann eigentlich auf jeder Busfahrt und dann so tagsüber auch ein paar Mal, wenn ich schreibe oder so. Spielen sie eigentlich auch Spiele auf ihrem Handy? Ne, Spiele spiele ich jetzt nicht so auf dem Handy. Höchstens irgendwie mal so kleine zwischendurch. So was, aber nichts großartiges. Wie oft benutzen sie ihr Handy am Tag? Ich würde sagen, abends, nach der Arbeit. Und schalten sie ihr Handy auch abends aus? Nein, aber ich mache es lautlos. Und was machen sie auf ihrem Handy alles? Überwiegend telefonieren. Wenig Internet. Wissen sie wie viele Stunden am Tag sie das Handy ungefähr benutzen? Insgesamt viel zu viele. Also so im Durchschnitt sagt man vielleicht was ich knapp alle halbe Stunde im Blick aufs Handy, außer ich schlafe. Okay. Schalten sie euer Handy bei Nacht aus? Nein, hängt am Ladekabel. Was machen sie denn am Handy vor allem? Am allermeisten Whatsapp natürlich. Facebook habe ich nicht mehr auf dem Handy, finde ich nicht mehr cool. Telefonieren? Telefonieren, ja. Stundenlang telefonieren. Schalten sie ihr Handy über die Nacht auf? Ja, mache ich sogar. Haben sie auch Spiele auf ihr Smartphone? Ja, aber auch nur eins. Okay, vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020